Mein Name ist Gitzel Egon, ich bin der Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen Partei in Brixen, 59 Jahre alt. Und ich trete ein für eine Bodensternentwicklung von Wirtschaft, Fremdverkehr, der Stadt und der Fraktionen selbst in Respekt für die Bedürfnisse der heimischen Bevölkerung. Ich freue mich, dass mit Egon Gitzel und seinem Team in Brixen wieder eine gute und starke Alternative zur Mehrheitspartei ins Rennen geht. Unter dem Motto Gerecht, vernünftig, unabhängig kandidiert eine punktgemischte Gruppe, die alle Berufsgruppen, aber auch Altersklassen widerspiegelt. Die Kandidaten sind engagiert, sie wollen sich sowohl für die Stadt als auch für die Fraktionen dementsprechend einsetzen. Sie kennen die Situation vor Ort und wir als Landespartei unterstützen sie natürlich dabei, dass diese Stimme der Vernunft in Brixen auch ihren Niederschlag in der Gemeindepolitik finden wird. Untertitelung des ZDF, 2020